Ein Süd-Purpor-Blatt, das nehme ich mir. Ja, herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Und wir ziehen direkt weiter, denn wir wollen Jaima, oder Jaima der Jägerin helfen. Ich werfe mal gerade einen Blick auf die Karte, das befindet sich hier. Ich werde natürlich direkt mal in die falsche Richtung, also setze ich mir lieber einen Wegpunkt. Ja, obendrauf haben wir ja noch Volker Rouge, eine Mission, wo wir dann auf dem Mammut retten müssen und dann die Bestie besteigen sollen, hört sich falsch an. Und dann sollen wir die Jäger, die Udam-Jäger zertrampeln. Denn das wird ein richtiger, richtiger Gangbang, auf jeden Fall. Ne, werden wir auf jeden Fall austeilen vom Feinsten und ich freue mich schon drauf, wenn wir das dann angehen. Ist allerdings auch eine schwere Mission, aber schwere Mission haben wir auch ebenfalls schon absolviert. Oh, da ist noch irgendein Ereignis, wollen wir uns vielleicht mal gerade zu Gemüte führen. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Bleib zurück, kleines Mäuschen. Bleib zurück, wo ist mein... Alter. Ich will ihn gar nicht töten, unbedingt. Ehrlich gesagt, ich würde ihm lieber... Kann man ihm jetzt noch ködern? Hier, halt das. Köder, ich hoffe, ihr habt ja was Eckeres im Essen hingelegt. Die muss doch reichen. Na gut, dann müssen wir angreifen. Er kriegt Wappenbildnis nicht anders, ihr seid Zeugen. Ich hoffe, ihr habt ihn auf jeden Fall noch erwischt, oder? Oh Gott, ich klebe mir gerade alles nieder. Geh da raus! Geh da raus! Was macht der? Was macht denn hier falsch? Oh Mann, was macht der da? Er ist ja voll kläckig in die Hose gegangen. Nur weil er da die ganze Zeit am Grunzen ist. Mensch, du alter Dämler, Maika, ey. So, probieren wir es jetzt nochmal mit dem Köder. Köder haben wir auf jeden Fall noch genügend. Jetzt machen wir hier nochmal gerade den an. Der ist schon special, den würde ich ja gerne zähmen. Ach, Tacke. Maika übrigens gar nicht schlimm, wenn die Kreatur stirbt. Sie ist, oh, er hat den Köder tatsächlich geschnappt, sich. Da liegt noch ein Köder und ich schleiche mich da mal ran. Maika, lassen wir jetzt gnadenlos sterben. Ne, Maika können wir einfach wiederbeleben. Deswegen ist es halb so wild. Selbst wenn sie hier stirbt. Okay, jetzt komm, der ist doch mega cool. Oh, bitte, 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 bitte. Ja! Der seltene schwarze Löwe. Ja, und da können wir wieder eine Umfrage machen. Wie nennen wir ihn? Der schwarze Löwe. Richtig cool. Richtig coole Kreatur. Und ich hab's nur bekommen. Zum Glück haben wir sie nicht getötet. Sonst hätte ich wieder Ärger von euch bekommen. So, und Amaika... Sag bloß, wir können Amaika jetzt das Fell abziehen. Ne, das ist ja krank. Wir wollen die ja immer sterben lassen, um seltene schwarze Jaguar-Fell zu kriegen. Hm. Aber ich zeig's euch nochmal für die, die jetzt sonst rummeckern. Hier können wir wiederbeleben drücken. Und dann ist die wieder am Start. Und der ist natürlich jetzt richtig, richtig heftig. Nicht so gut im Tempo, nicht so gut im Schleichen. Aber dafür in Stärke. Und da ich eh mal viel am Fighten bin. Gar nicht so übel. Oh, da müssen wir die Bestienmeister-Fähigkeit freischalten. Der große Narbenbär. Und dann könnten wir theoretisch auch hier so ein Braunbär zählen und so. Wobei, der Löwe, den wir da jetzt am Start haben, sogar noch stärker ist. Der Säbelzahntiger ist natürlich auch richtig Killer. Okay, aber der, ey, ohne Scheiß, der schwarze Löwe hier, der ist mega cool. Der schwarze Löwe, Freunde. Ey, super nice. Ja, er ist ein kleiner Erfolg für diese Episode, würde ich mal behaupten. Und weiter geht die Reise. Mit unseren bisher noch schwarzen, namenlosen, schwarzen Löwen. Bald wird er auch blutbefleckt sein. Und dann einen ordentlichen Kampf antreten. Oh, die müssen wir doch bestimmt auch irgendwann eliminieren. Für irgendwas. Man braucht ja eigentlich immer alles. Oh, das ist ein Ech. Ein Ech würde ich natürlich noch viel lieber. Vielleicht schaffen wir es mit dem Löwen hier. Natürlich nur mit wirklich gezielten Headshots. Ja, das ist mir eigentlich zu risikoreich. Der ist verdammt stark. Das weiß ich noch. Aber hier könnte man uns jetzt natürlich voll gut schnappen. So, er war mitten in die Schnauze rein. So, jetzt lass ihn laufen. Da vorne sehe ich ihn noch. So, die lassen wir jetzt mal hier in Ruhe grasen. Boah, der rennt natürlich ziemlich voreilig weg. Fuck, so knapp vorbei. Nein! Oh nein, wie ärgerlich. Ich will jetzt nicht unseren schwarzen Löwen draufhetzen, weil wir uns rennen da wieder weg. Hierbei versuchen wir ein paar gezielte Kopfschüsse zu machen. Jetzt hebt er seinen Kopf wieder runter. Das ist allerdings schon so ein großer Ech. Wie wir ihn für die Mission, glaube ich, auch erledigen sollen. Scheiße, was kommt denn da? Oh, der kämpft gerade mit irgendwas. Der wird doch von irgendwas angegriffen, oder? Boah, knapp, was fehlt. Aber knapp, was fehlt, ist auch vorbei. Boah, ich ziehe halt aus. Ja, Mann. Und das war leider nur ein Bestienkill, weil die Bestien den letzten Schlag hatte. Boah, aber... Das ist mal ein Großelch gewesen. Da haben wir schon Vorgeschmack gehabt auf die Mission. Das haben wir echt hasse ich hingekriegt. Der Löwe ist schon sehr stark. Kann man nicht anders sagen. So, wir haben uns jetzt mal was anzureifen. Der Holzpfeil hat irgendwo im Geweih gesteckt. Gut, dann verstehe ich natürlich, dass wir ihn da nicht ganz erledigt haben. So, der Löwe ist wieder fresh, oder? Nicht ganz fresh, aber das reicht absolut. Und da vorne ist noch so eine Hand. Da werde ich jetzt mal fluchsi wuchsi hin. Bei den Löwen greift so schnell keiner mehr an. Okay. Ich schütze die Venja. Das sind unsere Freunde. Vor wem sollen wir die beschützen? Das ist natürlich jetzt die Frage. Kommen bestimmt noch ein paar Krieger an den Stadt. Oder ein Bären. Oh Gott. Nee. Das sind Kannibalen. So, da kommen sie auch aus ihren Löchern. Zack. So eine kleine Fighting-Mission war für zwischendurch. Ist aber gar nicht so verkehrt für mich. Okay, wir kommen da hin. Das ist ein bisschen wie Orks-Abschlachten bei Herr der Ringe. So, das war eine erfolgreiche Nummer. Ich habe nicht mehr so viel Hartholz. Das ist das Problem. Boah, zum Glück stellen wir mal zwei Pfeile her. Ist echt schon mal sehr gut. Ich hole mir mal gar ein paar Pfeile zurück vielleicht. Zack, 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 zack. Hier haben wir halt ein paar. Ich will mal kurz mal ein paar Sachen suchen. Bisher leben noch alle, Vinja. Das bedeutet, wir haben unseren Job bislang zumindest ganz gut gemacht. Aber es ist bestimmt noch nicht alles gewesen. Jetzt ist die andere Seite dran. Oh, jetzt greifen uns die an. Von Doppelangriff. Zwei Frontenflüge. Den haben wir uns gezeigt. Okay, die Olle will auch noch mal wissen, wo es lang geht. Unser Löwe greift die Notwehr an. Unerledigte Gäste. Zack. Ne, ich habe es noch schnell geschafft, damit wir die mehr Erfahrung abstauben. Okay, Löwchen. Yogi Löw. Zack. Das war mein Speer. Den will ich wieder haben. Muss ich gar nicht mehr draufzimmern. Boah, der Löwe ist natürlich jetzt wirklich eine Bereicherung. Absolut. Und diese Folge dreht sich natürlich um ihn. Diese starke Kreatur. Der schwarze Löwe. Okay, da werden wir schon wieder angegriffen. Wir haben jetzt sichererweise einen Speer. Denn wir können uns im Moment echt nicht mehr viel bauen. Deswegen. Okay, sie greifen doch von hier vorn an. Wo ist denn wieder die? Muss den Sichtfeld kriegen am besten. Komm hier, kleiner. So, der ist schon mal da. Von hier hin kriege ich ja einen Headshot. Denn ich muss Munition sparen. Besser, der Löwe. Hier, nimm mal ein bisschen Fleisch. Zack. Was ist das jetzt? Oder kommt da noch mehr? Wir haben auf jeden Fall mal gute Sachen am Start. Kann man nicht meckern. Boah, wir verlassen hier voll die Leichen auf. Nein, da greifen doch wieder Uda, Mann. Die Kannibalen sind zurück. Was läuft denn da hinten? Und den werden wir ja wohl so fertig machen, oder? Vier neue Dorfbewohner. Mensch, da haben wir jetzt richtig viele. Das heißt, wir können auch die weiteren Dorferweiterungen bauen. Also, nicht verkehrt. So, jetzt ziehen wir weiter. Haben wir mal zwischendurch erledigt. Haben wir wieder neue Fähigkeiten. Da könnte ich mal gerade einen Blick drauf werfen. Wenn wir drei haben sollten, würde ich die nämlich gerne investieren. Und wir haben sogar vier. Und zwar hier. Sechs brauchen wir da. Boah, ist natürlich echt hammerhart, ey. Gesundheitsregeneration, das nehme ich auch mal. Das heißt, dann viel schneller wieder. Leiser Sprint. Also, ich finde, die Überlebensfähigkeiten sind fast am hilfsreichsten. Wobei ich mich hier noch gar nicht so mit beschäftigt habe. Und die Bomben ja auch sehr wenig nutze. Am meisten nutze ich den Bogen, dem das nicht gefällt. Ja, der sollte vielleicht selber spielen. Das Ding ist, ich habe ja auch mit dem Speer ein bisschen rumhantiert. Aber der Bogen scheint mir hier die effizienteste Waffe. Und in der Zeit habe ich auch die Keule bevorzugt. Aber irgendwie ist Bogen mit Bestie eine echt gute Kombo. Und nicht ohne Wunder. Zack. Hat aber nochmal schön rumgegrölt, ne? Das wollte er nochmal machen gerade. Warte mal, da ist doch gerade hier einer am rumtingeln. Will er mich nicht angreifen? Ach, das ist ein Adler. Ein Vogel, glaube ich, der darüber schwirrt. So, mein Kleiner. Töte alle, bevor du den Dorfbewohner losbindest. Da nehme ich mal das Nordgate-Blatt mit auch. Was hat er denn hier dabei? Hä, probiert er den Adler zu fangen oder was? So, wo sind denn jetzt hier wieder welche? Also manchmal habe ich das dumpfe Gefühl, sind diese Missionen auch nicht ganz optimiert. Oh, das brauchen wir bestimmt auch. Ja, da habe ich noch was in Erinnerung, wofür wir das brauchten. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber wir brauchten es auf jeden Fall irgendwo. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Ja, jetzt können wir losbinden. Komisch. War ja kein Feind mehr da. Aber egal. Ja, ja, haben wir gerne gemacht. Geht's übrigens ins Dorf, Alter? So, was ist mit denen hier eigentlich? Hm. Wie viele Kleber vertragen die wohl? Boah, da können wir ja die ganze Herde eigentlich ausmerzen, was? Man sollte sich ein bisschen näher rangehen. Oh, hier, wir gehen die Pfeile aus. Letzter Pfeil. Ach du Scheiße. Komm zurück, komm zurück. Löwchen. Oh Gott. Der Löwe, der Löwe wird sterben, oder? Oh Gott. Ach du Scheiße. Nee, nee, da kann man sich einmischen. Da gehe ich lieber weg und belebe ihn nachher wieder. Wenn der von dannen zieht. Das ist ein riesen, riesen, riesen Bär. Der ist so massiv riesig. Den werde ich noch nicht erledigen können. Nicht mit den Sahn, die wir haben. Jetzt müssen wir ihn nur ablenken, glaube ich. Weil sonst hat unseren... Können wir leider noch nichts sämen. Hier, nimm ein bisschen Fleisch. Dann komm schnell weg hier. Schnell weg hier, sagte ich. Scheiß drauf. Das gibt's doch nicht. Ich hab die Chance gegen den Leeren. Letzte Pfeil, der letzte irgendwas. Der greift nicht an. Fuck. Okay, pass auf. Du nimmst schnell diesen Schnitzel hier, mein Freund. Ja, und jetzt rennen. Nimm's, nimm's. Alter. Sonst greift er wieder den hier an. Wird draufgehen wahrscheinlich, oder? Oh Mann. Aber wir können ihn ja immer wieder beleben. Äh, vielleicht dort auch nicht. Ich hab aber auch so viele Pfeile dran verschwendet. Wo ist er hin? So, dann nehmen wir erst mal die Pfeile hier. Guck mal. Zack. Oh, ich hab irgendwie das dumpfe Gefühl, kommt gleich dieser Bär um die Ecke. Nimm's dabei für uns. Bin auch schwer hoffen. So, nehmen wir auch noch mit. Südstein. Mann, Mann, Mann. Was für ein Fight, ey. Ey, die haben wir gerade so überlebt. Also die, diese mega starken Höhenbären, die können wir nachher irgendwann zähmen. Und da sieht man, die haben Power ohne Ende. Die hauen auch noch unseren schwarzen Löwen weg vom Fenster. Ey, hier gibt's so viele Ereignisse wieder im Moment. Das ist echt unglaublich. Aber ich will jetzt nicht schon wieder welche retten müssen. Ich geh jetzt mal hier rüber. Wir haben ja gerade auch schon ein paar Nebenmissionen wieder gemacht. Sonst kommt man ja nicht zur Potte mit der Hauptstory. Boah, was für ein weiter Weg. Man merkt doch, hier wird das Gebiet immer ein bisschen karger. So die Bäume und so. Es wird ein bisschen trister. Aber dennoch schön. Finde ich auch cool, dass sich die ganzen Gebiete so ein bisschen ändern. Und immer fleißig einsacken. Nebenwärts brauchen wir zwar nicht so dringend. Aber trotzdem ist es nie verkehrt, es zu haben. Blut von Oros. So, da vorne. Da wintern wir die nächste Mission. Und da geht's dann um diesen Großecht, wenn ich mich nicht irre. Von dem wir jetzt schon in dieser Folge einen erledigt haben. Mit den Bären sind wir leider noch nicht klargekommen. Das Mordgeldblatt nehme ich auch mal mit. Der Großecht frisst nur nachts. Warte auf den Einbruch der Nacht. Ruhe dich am Lagerfeuer aus, um die Zeit zu beschleunigen. Das ist also noch ein anderer Großecht, oder was? Weil ich meine, den anderen hätten wir noch tagsüber... Boah, den würde ich auch gerne. Boah, geil. Kampf zwischen den Löwen. Wir mischen uns mal nicht ein. Boah. Der schwarze Löwe deutlich stärker. Als der Höhlenlöwe. Den wir auch als Tier gezähmt haben. Da mach mich doch irgendwie aus. Ah, ich sehe sie. Feinde. Da hinten. Den Ziegenfell können wir uns auch immer mitgönnen. So, und da vorne wäre dann so ein Lagerfeuer. Hier muss aber noch irgendwo... Moment mal. Was haben wir denn hier für Spuren noch? Mhm, interessant. Den folge ich jetzt aber nicht. Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen, oder? Da einfach. Mit einem Lagerfeuer. Eine kleine Runde sleepen. Hier haben wir noch unser Belohnungslager. Leider nicht so voll, wie ich es gerne hätte. Wobei wir da auch mittlerweile Nahrung drin haben. Brokkoli. Grünblatt natürlich. Obwohl doch, sammelt sich eigentlich was ganz gut, ne? Also muss man eigentlich sagen. Also, im Notfall kriegt man hier schon was zusammen. Hier heute. Ja, da müssen wir alles noch ausbauen, das Dorf. Damit das ein bisschen flotter von lang geht. Aber es scheint sich ja langsam zu lohnen. So, ich lege mich hier mal hin. Bis zur Abenddämmerung. Schlafen. Gute Nacht. Das sieht ja echt cool aus. Mit dem Zeitraffer jetzt hier. Vorne waren übrigens noch zwei Löwen, aber die waren mir jetzt egal. So, jetzt soll der Groß-Eich hier unterwegs sein. Hoffen wir es mal für ihn. Folge den Leuchtkäfern. Ich freue mich. Hier kann man die Leuchtkäfer sehr schön sehen. Da können wir noch ein paar Ressourcen mitnehmen. Bisschen Ton, die können wir auch gebrauchen. Die Leuchtkäfer sehen wir aber auch so. Also eigentlich da überall, wo es plötzlich ein bisschen erleuchteter ist. Hier vorne wären noch ein paar Tiere. Die müssen wir jetzt aber nicht unbedingt ausmachen. Weil wir diesen schwarzen Löwen haben. Das ist echt... Das feiere ich wirklich, Leute. Ich habe den Vater Leuchtkäfer ein bisschen verloren. Hier ist die letzte Spur von... Ah, hier. Der Helchi-Jagdgrund. Warte auf den Groß-Eich. Ich habe doch gar keine Pfeile. Nur drei Stück. Weil ich habe ein bisschen Hartholz. Und Katerholz hätte ich mir aus dem Lager nehmen können. Oh Gott. Das kann nur in die Hose gehen. Ein paar Köder können ich auch mal bauen. Oh ja, damit kann ich ihn vielleicht erledigen. Sogar irgendwie. Okay, auf jeden Fall. Da muss ich mal eine Waffe nehmen. Den Boden. Und da ist er, der Eich. Und ich sitze an der Falle. Okay, die Udamm greifen auch an. Aber wir kriegen ihn vielleicht mit dem Vieh erledigt. Komm, wir müssen hinterher. Okay, die Jagd beginnt. Ich habe es mir jetzt natürlich leicht gemacht. Töte und heute die Groß-Eich, bevor die Udamm ist. Und wir verjagen den Groß-Eich natürlich gerade. Eifrigst. Also kriege ich ihn nicht. Mann. Der wird verdammt schnell. Und die Gesundheitsbalken generieren sich wirklich wesentlich schneller. Der hat natürlich jetzt auch ordentlich was abbekommen. A von uns. Und B von den Udamm, die ihn angegriffen haben. Und die Kannibalen wollten heute mal Ech essen. Kein Mensch. Ich kann hier nachvollziehen. Alter. Das ist alles nur Pfeilverschwendung, wenn ich da schieße. Mit einem Analysten trifft das viel nie. Irgendwann muss er doch mal stehen bleiben. Irgendwann muss er ruhig werden. Boah, Alter. Knapp verweh. Die ist auch vorbei, ne? Warte mal, jetzt wollte ich mal das ausprobieren. Scheiße, das geht nicht. Verdammte Axt. Dann hol ich einfach. Boah. Okay, die Udamm hätten wir auf jeden Fall schon mal. Ich wollte ihm eigentlich mal mit einem Takedown niedermähen. Ob wir jetzt schon so einen vorne Takedown haben. Aber der geht noch nicht. Boah. Hui. Das war ein tiefer Abgrund. Ei. Doch, hier. Okay, warte mal. Jetzt zeige ich dir mal, was hier ist kleiner. Bam. Warte, der wird das angezündet. Scheinbar, ne? Dann gehe ich mal hier wieder weg. Ich ziehe den Elch, den Watschen jetzt an. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Brennt er jetzt? Ne, wird nur alles lichterloh. Du musst nichts herum, aber nicht der, das Vieh, das Eigentliche. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Bleib stehen. Du verdammtes Biest. Gleich haben wir keine Pfeile mehr. Und dann wird es richtig ausarten. Niemals. Und da kommen immer mehr Udam. Da kommen immer mehr Udam. Habt ihr gerade gehört? Haben schon Verstärkung rufen und alles. Und da sehe ich schon welche auf der Karte, die auftauchen. Jetzt bräuchte ich eine Falle oder so, aber das hinterherlaufen, das bringt doch jetzt nichts. Oh Gott. Okay, da greifen die Udam an. Ich hoffe, die greifen das Vieh an, machen es schwächer. Ja. Komm, jetzt muss ein Take-Down klappen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Fuck you. Du Drecksack. Was ist das los? Was ist das los? Da geht ein Fighter. Ja, er brennt. Oh, wie wir den Elch hier niedermehren gerade. Oh mein Gott. Ich muss schnell was fressen, mein Freund. Ja. Wir haben ihn. Boah, da gab es selbst der Bestien-Kill noch. 40 EP. Boah, den Großelch. Yeah. Boah. Was für eine Nummer. Der war jetzt nicht unbedingt ein leichtes. Jetzt muss man erst mal... Boah, der ist schwarze Löwe, ey. Der hat sich ja echt rentiert. Also die Folge ist ganz ihm gewidmet. Ne? Muss man echt sagen. Hier. Und mal im Bilde. Nee, nee. Schon eine coole Kreatur. Oh. Hat er gut gemacht, ne? So, wer kommt denn da an? Machen wir ihn fertig. Die anderen Wölfe... ...laufen weg. Nee, nee. Ich kriegst noch mal einen Snack hier. Einen kleiner. Oh, der zieht ja auch die Nacht hier rein. Ich würde sagen, wir haben unsere Solle erfüllt. Die Mission. Obwohl, das müsste ja jetzt der nächste Tag eigentlich beginnen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Der hat mich die ganze Nacht gejagt, den Großelch. Ja. Oh, hier können wir noch mal das Wind nehmen. Aber die Tasche für Grunenblatt ist auch fast voll. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Blick... ...auf dieses Gebirge... ...verabschiede ich mich von dieser Folge von Let's Play... ...Frag Cry Primal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Der schwarze Löwe hat zugeschlagen. Und das ist richtig, richtig übel. War eine richtig coole Episode. Ich muss sagen, mit dem Ding läuft es dann doch deutlich leichter. Ja, außerdem haben wir den Großelch erledigt. Gleich zwei Großelche. Gegen den Bären haben wir leider nichts ausrichten können. Aber das war schon sehr spannend. Da müssen wir aber wohl noch ein bisschen stärker werden, denke ich mal. Ich wünsche euch noch einen superschönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.